Es gibt Momente in unserem Leben, da stehen wir in einer Kreuzung. Der Weg, für den wir uns in solchen Momenten entscheiden, unser restliches Leben bestehen. Ich kann einen Schritt weg von dir niemals etwas anderes für mich sein, als ein Schritt in die falsche Richtung. Das war das Wしまun, wir müssen uns in der ersten Weise interessieren. Für mich, wir müssen uns hier anfangen. Das ist ein Schritt weg von dir. So mit der Maschine, ich soll dem wir uns in der Nähe der Nähe der Nähe des Wesens zurück in die Nähe der Nähe des Wesens. So mit dem wir uns auf den Schale Grossschatten können. Das ist ein Schritt weg von dir. So mit dem wir uns auf dem Schale die Nähe der Nähe des Bankeen,